ja hi und hallo bei potanander herzlich willkommen bei der show me your gear challenge es ist lieber christian fünf monate her seitdem du mich in nominiert hast meine liebsten meine ältesten meine neuesten meine günstigsten und auch meinen teuersten ausrichtungsgegenstände oder ausrichtungsgegenstand vorzustellen lieber christian ich habe ja gesagt noch eher das jahr vorbei ist dann kriegst du das video also hier we go fangen wir auch schon an meinen liebsten ausrüstungsgegenstand ist natürlich wer kann sich vorstellen na klar achtung hier das taschenmesser ganz klassisch stellvertretend für alle multi tools und und diversen messer variation und nicht ohne stolz zeige ich euch hier das victorinox hansmann wurde in der potanander edition hat sehr schön habe ich mir mal machen lassen finde ich super ja warum taschenmesser klar ist für mich unverzichtbar vielseitig zuverlässig sicher was soll man sagen immer dabei alles dran für mich also sehr absolut liebste ausrichtungsgegenstand der eigentlich immer dabei ist egal wie egal wo und in welcher form und variation auch immer also klassische taschenmesser weiter geht's den ältesten ausrüstungsgegenstand ja ich habe mir viel gedanken gemacht und bin letztlich dazu gekommen dass hier die action kamera eine gute alte gopro und zwar die hero ja das ist für mich der jetzt kein klassischer ausrüstungsgegenstand aber damit fing alles an so mit der ganzen filmerei mit den ganzen videos ja damals noch auf dem kopf geschnallt als kamera und ja eigentlich hat ganz auf dem fahrrad begonnen und ja endet dann auch irgendwann mein urteil radweg worauf ich sehr stolz bin haben sich schöne erlebnisse daraus ergeben als mehr generationen tour und auch immer noch tolle kontakte weiterhin anhalten also hier mit der ganz einfachen cam ohne ihren schnickschnack ohne stabilisator ohne irgendwas total pure damit ging es los mein ältester gegenstand eine kamera doch der neueste neueste ausrüstungsgegenstand gut was soll man dazu sagen es kommt ja immer irgendwie war das kriegt gar nicht auseinander dividiert aber vielleicht hier im der klein der gute trangia kocher warum gehen ja also ich glaube der flexibel leicht leise und so ein bisschen back to the roots den wollte ich immer noch mal irgendwie in meiner sammlung haben und so habe ich mir den auch unlängst bestellt gesehen habe ich den natürlich auch bei dir christian und ja ich weiß nicht in welcher ausführung der jetzt hier daherkommt aber der gute klassische spiritus brenner oh ja einmal schon benutzt herrlich so wie gesagt ich habe den schon ausprobiert hat klappt ganz hervorragend und dann noch ein paar andere sachen jetzt aber nicht hier genannt sein sollen wenn man hier noch reinguckt aber es geht darum vielleicht auch mal eine andere form der mittagspause oder der wanderpause machen kann und wenn man feuerfesten sicheren ort hat dann ist das nochmal für mich eine ganz romantische art und auch nochmal ein ganz anderer genuss der sich daraus ergibt und ja so dass man nochmal wie soll man sagen die pause noch mal ganz anders genießen kann und auch erleben kann von daher bisschen mehr handmade als ein gasbrenner und so sind wir dann auch schon beim nächsten ausrüstungsgegenstand der der günstigste sein soll ich habe lange überlegt was könnte denn sein die ideale ja ideale lösung ist mir jetzt auch nicht so ganz parat ob es eine sitzmatte ist oder irgendwelche koch kreuze so oder ein windschutz oder auch nur ein stift hier es ist auch immer von der bedeutung her gesehen vielleicht war ganz banales aber für mich doch essentiell denn hier regenkleidung in diesem fall den regenanzug von miltec so jetzt kann man davon sagen was man will ich habe noch nicht getestet dann werde ich nachholen ja ich habe ja schon einiges durch und an regenschutz bekleidung und bin der meinung dass es vielleicht gar nicht so die richtige variante gibt ob es jetzt ein poncho ist wir erinnern uns an den poncho des grauens vom chemnadersee oder auch teurere varianten die von außen super schützen aber auch ja nach ein paar stunden bist du dann auch von innen plattern hast ne ja was haben wir denn ponchos schirme röcke finde ich super gut ein regenrock damaschen es gibt glaube ich nicht so die absolut super ultimative variante wenn es einmal regnet aber regen anzug jetzt mal als zweiteiler ist auch super je nachdem was man gerade macht wo man so ist und ansonsten würde ich auch immer noch auf den klassischen schirm setzen man hält es nicht für möglich aber auch den habe ich immer dabei aber hier einmal die günstigste variante der ausrüstungsgegenstand stellvertretend für alle anderen regenschutz bekleidung was haben wir noch last but not least den teuersten ich habe ein bisschen mit mir gerungen ob es jetzt vielleicht noch mal eine action cam sein soll die gopro max als 360 grad kamera die finde ich auch super gerade in der vielseitigkeit auch in der kreativität ist die auch sehr sehr häufig dabei und ja ich habe die einfach lieb gewonnen aber ich glaube ein kleines bisschen teuer teurer war das hier ihr wisst war das ist eine drohne und zwar quadrocopter wie auch immer jeder nennen muss in diesem fall hier die dji mavic mini so ja in der fly more combo edition und wenn man jetzt noch nicht allein jetzt dieses endgerät noch nimmt sondern auch noch vielleicht die versicherung und noch die kennzeichnung die registrierung gegen kenntnis nachweis oder sachkunden nachweis ich weiß da braucht man in dieser gewichtsklasse nicht unbedingt aber ich habe da wer drauf gelegt möchte gerne komplett haben und habe denen auch den eu drohnen führerschein gemacht weil mich da doch einfach interessiert hat mich lange damit befasst und ja leider kommt die drohne jetzt nicht allzu häufig zum einsatz weil ich doch eigentlich immer ja ich versuche nicht versuche ich halte mich an die vorgaben das ist wirklich immer nicht ganz einfach also wo man fliegen darf soll wozu halb legal ist oder irgendwas also ich möchte das schon sachen fachkundig einsetzen und auch nicht so einfach aufsteigen lassen von daher kommt die nur äußerst selten viel zu selten für meinen geschmack zum einsatz aber gerade hier in der mini variante ist das genau die richtige ja die richtige drohne für mein einsatzgebiet die man auch mal eben so mitnehmen kann okay lang lang genug gewartet lieber christian von geraus ich hoffe es war ein paar interessante ausricht ausrüstungsgegenstände mein gott ist hat ein schwieriges wort wieder mit dabei und ja ich darf mich an dieser stelle hier aus meinem küchenstudio von meinem green screen von euch verabschieden seid auch beim nächsten mal wieder mit dabei wenn es heißt ja wie heißt es denn meistens potanander unterwegs also bleibt gesund vergesst das rausgehen nicht und ja um dieser show me your gear challenge noch mal leben einzuhauchen tja wen würde ich denn hier nominieren meine lieben wanderverliebten lieber micha liebe froni ich schaue immer eure videos und lasse mich auch gerne von euch verführen und inspirieren zu verschiedenen touren ich komme gar nicht so oft dazu wie ihr die videos hochladet ihr habt so viele also wenn nicht sogar die meisten vorbeilaufszenen ever ich ja mich würde wirklich interessieren welches equipment habt ihr dabei und vielleicht habt ihr auch mal lust wenn ihr zeit habt auch mal eure ausrüstungsgegenstände vorzustellen wenn ihr das nicht schon 100 mal gemacht habt die liebsten die ältesten die neuesten günstigsten teuersten ja zeigt mir ganz einfach weil ihr dabei habt und wird macht bis dahin euer schrömi von potanander bye bye so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020